Hi Leute und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir schauen uns das neue Manifesto an von Grinding Gear. Es gibt nämlich das neue 3.20 Balance Manifesto für Eldritch Altars und ich kann euch schon so viel sagen. Jetzt, wo sie Ark Nemesis umbenannt haben, drücken wir es mal ein bisschen sensitive aus. Der Ausdruck kommt ja unten auch nochmal. Jetzt kloppeln sie halt die Nerfs raus bis zur nächsten League, würde ich sagen. Das, was hier kommt, wird für Casual Spieler gar nicht gut, aber schauen wir uns doch mal an, was Grinding Gear dazu zu sagen hat, warum sie jetzt die Eldritch Altars nerfen. Was wir uns im Gegenzug dafür geben, ich kann euch so viel verraten, wir bekommen so gut wie nichts. In the Forbidden Sanctum Expansion we are making a number of changes to Eldritch Altars, specifically to the rewards. The monster packs they spawn and the incentives for rushing Map Bosses before completing the rest of the map. In addition, we are adding a chance for Maven Witness Map Bosses to drop an Awakened Game, inclusive of the Awakened Games that are typically exclusive to Maven herself. The over-aging aim of these changes to try to reach a point, where the choice between running Maven Witness or Eldritch-influenced Maps is closer in value, whilst they remain retaining the gameplay feeling you've come to expect from Eldritch Altars. Kurz gesagt, im ersten Absatz wird halt jetzt erzählt, dass, ja, die Awakened Games können jetzt auch von Maven Witness Maps, Map Bossen droppen, ja, damit das Ganze gut anfängt und sich nach einem Buff anhört und dann kommt halt das Interessante hier unten erst. Grinding Gear will halt, dass man auch wieder Maven Witness Maps läuft, was halt weniger Leute machen, wenn es wenig bringt. Und es quält Grinding Gear natürlich nicht, dass wir alle zu den Bossen rushen, um danach die Altare abzufarmen, weil sie nur noch auf Minion Mods gehen können. Schade, war eine meiner Farmen Methoden, die ganz gut ging und das wird viele Casuals auch ärgern. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was sie denn gemacht haben. Altars no longer offer some Reward-Types like Gems, Influenced Items, Unique Items or Maps. Also, sie haben Gems, Influenced Items, Unique Items und Maps rausgenommen aus den Rewards. Die Gems finde ich gut. Influenced Items finde ich okay und Unique Items und Maps ist natürlich ein Nerf in meinen Augen. Weil ich hab über die Altare schon so viele gute Unique Items oder Maps für ein Sustain bekommen. Das wird ein Map Sustain extrem wehtun in meinen Augen. Weiß nicht, Grinding Gear, das ist schon ein Nerf in meinen Augen. The Basic Currency Reward has been split up into Specific Currency Rewards. For example, they now have Map Boss drops free Valorbs inside of Map Boss drops free Basic Currency Items. Das ist natürlich auch ein klarer Nerf, wenn jetzt nur noch bestimmte Currency droppen kann. Ich bin mir sicher, da droppen dann keine Divine Orbs oder sonstiges mehr. Danke, Grinding Gear, wieder ein Nerf. Aber dafür müssen wir natürlich dann den neuen Lootpool von den Altaren kennen, aber ich gehe davon aus, dass da teure Currency nicht mehr drin sein wird, weil Altare sind böse. Altars no longer offer some Basic Rewards like Orb of Augmentation, Transmutation, Blacksmith, Armourer, Scraps, etc. Also es wird in den Altaren keine Argumentations, Transmutation, Blacksmith, Armourers mehr geben. Das finde ich gut, weil die kriegt man mehr als genug. Currency Dropways are still adherent to for these rewards, so with the removal of Basic Rewards you will see good Currency a lot more often. Grinding Gear geht also davon aus, dass dadurch mehr gute Currency droppt. Muss man live sehen oder, ja, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber wir wissen ja, was für Grinding Gear gut ist, ist für den Spieler meistens schlecht oder im besten Fall okay. Muss man schauen, wie es auf dem Live-Server dann ist. Scarabs and Divination Cards have also been split into specific rewards, for example, rather than simply Divination Cards. You will now see things like Divination Cards with witch reward unique Jewelry. Finde ich ehrlich gesagt nicht gut, weil es ist halt dann wieder predictable und ein bisschen Chaos und ein Path of Exile muss sein, keine Ahnung. Ich, wenn ich weiß, was da droppen kann, dann wird es langweilig in meinen Augen. Es könnte gut sein, es könnte schlecht sein, kann ich hier nicht beurteilen. Lass ich mal als Kammer machen durchgehen. Die specific rewards will be split so that they are exclusive to one altar type to allow target farming of these rewards. Also es gibt bestimmte Rewards auf einem bestimmten Altar, also das meint jetzt Iter für das eine Farbe oder Exarchite für das andere. Das war ja vorher noch nicht so. Grinding Gear, kennt ihr eure Mechanik? Scarabs are offered a lot less from Alters, but we don't want them to be scarce as a whole. To help balance this out, we're adding rusted Scarabs to the Coadrop Pool. Also, Grinding Gear haut die Scarabs von den Altaren mehr oder weniger runter, dass sie extrem selten sind. Aber hey, wenn du öffnest, das ganze Ding in Grund und Boden. Aber hier habt ihr ein paar rusted Scarabs, die werden euch sicher helfen. Meine Fresse. Das nächste, was natürlich hilft, ist, dass sie hier, das kann ich ja direkt zusammenfassen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Scarabs abzugraden und auch über den Stashtab, den Paid Stashtab natürlich. Also man kann jetzt seine Scarabs upgraden. Da könnte das natürlich gut sein, wenn die rusted Scarabs upgradbar sind, die man im Coadrop Pool jetzt hat. Ich finde es trotzdem weird, Scarabs runterzusetzen, nur um dann rusted Scarabs reinzuhauen. Hey, wir dürfen doch gar nicht. Wir tun nur so. Der Amount of Influence Packs spawned by Alters has been reduced by 33%. But the Chance of Influence Alters spawning has been increased by 50% to offset this. Also jeder Altar spawnt 33% weniger Gegner, aber dafür ist die Chance, Altare zu spawnen, um 50% erhöht. Bin ich jetzt nicht so tief drin, ob das großartig was ausmacht? Ich finde es nicht gut, Pack Size zu reduzieren, um ehrlich zu sein. Weil diese Influence-Altar-Spawn-Rate ist halt wieder eine Chance. Und das ist halt ein fixer Nerf. Und 50% von was? Wie hoch ist die Chance vorher, dass man Altare spawnt? Ich kann es nicht beurteilen. We are making changes so that Altar-Choices that affect Boss Drops or Influence Monsters Drops are comparably valuable. Also Altar-Choices, die auf den Boss gehen oder auf Influence Monsters sollen vergleichbar wertig sein? Okay. Kann man so schreiben? We have redesigned the Rev of the Cosmos Keystone. We have changed the Rev of the Cosmos and Eldritch Gaze Keystone to only apply on Maps affected by their respective Influence. Not directly related to Altars, but related to the choice of what type of Influence you run on your Maps. We are adding a chance for Maven-Witness-Map-Bosses to drop an Awakened Game, inclusive of the Awakened Games that are typically exclusive to Maven herself. Also wenn die Games günstiger, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn die Drop-Rate passt. Oder vielleicht ist sie wirklich so selten, dass es sich doch nicht ändert. Aber jetzt wirkt halt die Exarch-Node nur noch auf dem Exarch und die Eater halt nur noch auf dem Eater. Und nicht mehr umgekehrt, dass beide auf beide wirken. Das war auch ein bisschen weird, aber es war halt super zum Farmen, um ehrlich zu sein. Altar-Rewards. Eldritch Altars are currently too rewarding so much so that they created this incentive for any out-of-Map-Gameplay, anders it is comparably rewarding. Wow, 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 wow. Uff. Also, Grinding Gear will, dass wir Content außerhalb von Maps machen. Weil wir wahrscheinlich in der letzten League Kalandra nicht so geil fanden, weil wir das nicht auf unserer Map machen konnten. Deswegen machen sie jetzt unser Map-Gameplay-Martig. Verstehe ich das richtig? Also Grinding Gear will uns nicht in Maps haben, die wollen uns in den anderen Mechaniken. Deswegen wird wahrscheinlich die neue League-Mechanik auch außerhalb von Maps sein. Wer hätte es gedacht. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Das ist richtig übel, Grinding Gear. Das ist mal wieder Top-Tier-Wording. Ja, sie meinen halt, dass man trotzdem noch gut Currency rausziehen kann und dass es halt immer noch rewarding ist. Nach dem ersten Satz hier bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Ihr wollt nicht, dass wir in den Maps sind. Und das Ziel wird sich wahrscheinlich durch den Rest der Manifestos auch durchziehen. Gehe ich davon aus. Dass die nächste League halt auch wieder eine außerhalb der Map-Mechanik sein wird. Gehe ich jetzt mal stark davon aus, wenn ihr das schon so beordert. We have removed some reward types from the choices available at Alters, such as duplicate games, influenced items, unique items, games and maps. This means that other reward types will take the place and naturally be more common. Ich fand unique items und Maps immer einen schönen Reward davon. Den konnten wir immer schön stacken und wenn man Glück hat, hat man halt irgendein gutes, unique oder tonnenweise Maps bekommen. Und dass es halt jetzt keine Duplicate mehr gibt, finde ich ein bisschen seltsam. Ob das nur auf die Gems gezählt hat oder ob es jetzt auch keine Duplicate-Currency mehr gibt. Weiß ich nicht. Alters no longer offer choice for basic currency, but instead offer choices for specific currency. For example, instead of seeing Alters that may map doses bla 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 bla, das haben sie oben schon gesagt. Jetzt sagt es halt genau, was droppt. Some of the more common but very low value rewards such as bla 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 bla. Es ist eigentlich exakt dasselbe wie im TLDR, nur ein bisschen ausführlicher in meinen Augen. Aber hier unten steht halt tatsächlich noch ein paar Sachen drin, die oben jetzt nicht dabei stehen. Finde ich argwürdig Grinding Gear. Hier oben haut ihr uns eine kurze TLDR-Fassung rein, aber hier unten steht wichtiges Zeug drin, was man nicht auslassen sollte. Similarly, instead of offering choices for Scarabs or Divination Cards as a category, die are now more specific for example bla 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 bla. Divination Cards, you will now see things like Divination Cards, which... Okay, Jubilary. Also sorry, falls ich hier was zweimal durchgehe, aber hier unten ist das Wording komplett anders als im TLDR. Und ich denke, das macht schon Sinn, da genauer draufzuschauen, was da abgeht. Die Specific Currency Scarab and Divination Cards Rewards were exclusive to one Altar-Type. This means that if you are targeting a Specific Reward-Type, you will be able to figure out which Influenced Type to invest into in order to farm that reward. Das man halt gezielter farmen kann. Wird sich zeigen. The Rewards that still remain are Currency Scarabs, Divination Cards, Duplicate. Okay, also Duplicate bleibt drin, so wie es aussieht. Also es bleibt Currency Scarabs, Divination Cards und Duplicate. Ist okay, aber es macht die Altare halt ein bisschen uninteressanter für mich jedenfalls. Und Quantity Rarity bleibt natürlich auch dran, was ich gut finde. To give you a specific example, if you run Maps Influenced by Eater of World, you will see Divine Orbs from the Basic Currency Reward more often than twice as often as before. Also die Divine Orb Rate wird doch erhöht. Das finde ich gut. Macht ihr gut, Grinding Gear? Weiter so. Aber hört auf, Sachen zu entfernen, die ich eigentlich mag. Wie Uniques. Was ich jetzt auch seltsam finde, Duplicate und in Klammern sind immer noch Uniques drin. Ich dachte, Uniques sind weg. Ist das ein Fehler von Grinding Gear? Keine Ahnung. Beziehungsweise was sein könnte, ist, dass man trotzdem noch den Mod Duplicate, Uniques und Maps bekommen kann. Aber es droppen halt dann die Duplicate nicht mehr auf die vom Altar gedroppten Maps, sondern auf die Standard Map, die einmal in der Map droppen oder so. Keine Ahnung. Muss man dann sehen. On the whole, Scarabs will be offered a lot less than before from Altars, ja, Scarab nerf, habe ich schon gesagt. However, we don't want them to be scars. Deswegen haben sie, also dass es nicht selten wird, haben sie halt jetzt den Upgrade Button, wie oben schon erwähnt. Und ist halt jetzt wie im Essence-Dash-Tab. Okay. Schauen wir uns doch mal an, warum sie Boss-Rushing generft haben. Players currently have an incentive to skip past all regular Map-Monsters and kill the Map-Boss first. The motivation for doing so is that Altars, which offer rewards, are affecting the Map-Boss, are less desirable. By killing the Boss first, you eliminate these options from your Map-Altars, which make them more rewarding. Die Leute sind natürlich zu Boss gerusht, weil die Altare dann nur noch Minion-Nodes rollen konnten. Was auch Sinn gemacht hat, wenn man zum Beispiel Skyrips oder Divination-Cards gefarmt hat oder irgendwas anderes. Und das will Grinding Gear natürlich nicht, weil, keine Ahnung, wir wollen, dass ihr so farmt, wie wir das sagen. This is one of the cases where the most efficient and rewarding gameplay strategy undermines the expected gameplay loop and encourages players to do things that aren't really fun. Wie war der Satz? Wir wissen, wie ihr Spaß habt. Ja, Grinding Gear, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Wir wissen nicht, wie wir Spaß haben. Das wisst ihr besser. Deswegen nehmen wir euch das weg, weil wir wollen nicht, dass ihr so spielt. We are making a few numerical changes to Altars Rewards, so that the choices that affect Boss-Stops or Influenced-Monster-Stops are more comparably valuable. Das ist jetzt exakt dasselbe Wording wie oben, komischerweise. Also, dass halt die Mods, die auf die Influenced-Gegner gehen, besser sind oder more value haben im Vergleich zum anderen. Beziehungsweise gleichwertig sind. Dann sagen sie jetzt hier nochmal, dass halt die Packs runtergesetzt werden, dass halt weniger spawnen und dafür halt mehr Altare spawnen. While we are working on this, we took the opportunity to change the pack spawning behavior from Influenced so that a given area will only have three different types of Monster Packs. Previously, there were eight Pack-Types that could be spawned per Influenced-Type, and it randomly choose which Pack the Type to spawn. This is a relatively small change that won't have a significant effect during gameplay. The goal was simply to give some identity to an area and give you a slightly better idea of what to expect during gameplay. Jetzt spawnen halt keine großartig verschiedenen Packs mehr, jetzt sind halt, ist der Pool halt kleiner und es spawnen halt weniger von dem Pool in einer Map, damit man halt weiß, was im nächsten spawnt, dann spawnt im nächsten wieder das. Finde ich okay. Und dass sie halt wollen, dass man jetzt auch die Map-Boss-Modifier von den Altaren nimmt, was man hier noch rauslesen kann. Aber ansonsten ist es halt exakt dasselbe wie im TLDR, nur ein bisschen anders gewordet, was interessant ist. Ich find's seltsam, dass das TLDR so abweicht an manchen Stellen und an manchen exakt dasselbe ist. Und jetzt das Interessante für alle Casual-Farmer, die gerne Altare laufen. Wrath of the Cosmos, wird der genervt? The Wrath of the Cosmos Keystone encourages players to risk a level of danger that was outside their capability, because of how valuable its reward were. In some cases it made more sense to die a few times per Map, then forego the level of reward this Keystone offered. This is not ideal, to say at least. Also es war nicht ideal, den zu nehmen, weil es wird schwerer, aber du bekommst halt extreme Loot-Spikes, desto mehr Altare du anmachst. We have redesigned this Keystone. It's now only effect, alter us and maps and fits by C-Bring Exarch. Each Altar now has a 50% chance for an additional upside. All the stuff for an additional upside will have the downside effect increased by 100%. The overall risk vs. reward nature of this Keystone is still in place. It's just a little less intense now. Jo, kann man machen. Finde ich nicht so schlimm, den Nerf hier. The Eldritch Gaze Keystone now only affects Altars in maps influenced by the Eater of Worlds. The main reason for this is that we want you to invest Atlas Passives into the Influence Type that you are currently farming. It feels wrong to have to get the Passives from the opposite Influence Cluster in order to maximize the rewards you get from the Influence Type that you are currently farming. The small Passives near the Keystones are already specific to Influence Types and it's nice and tidy to keep things consistent in this way. Just to explicitly call a Spade, Spade? This is a Nerf to how much you can scale your rewards from these Keystones if you are one of the subset of players who were taking Bro-Keystones in the past. Subset of players, die das benutzt haben. Ich bin also ein Subset. Okay, Grinding Gear? Okay, ja, aber ihr schreibt hier ausnahmsweise mal rein, das ist ein Nerf. Finde ich okay. Ihr könnt's ja auch mal beim Namen nennen, dass ihr hier nerft. Finde ich gut, dass ihr das dieses Mal zugebt, das macht's nicht besser. Die Keystones gehen halt jetzt nur noch auf ihre respektiven Eckzeichen. Also das eine geht auf dem Eckzeichen und das andere geht halt auf dem Eater. Altar Rewards are a bit more sensible now. Sensible, wie ich's oben gesagt hab. Ich mag das Wort gar nicht. Procureer Reward Types and by toning down the extreme levels of Giftiness. Ich schreib doch als Conclusion einfach hin, wir hauen den Nerfhammer drauf. Und haut es nicht in so süße Worte wie Giftiness. Dass es sich lohnt, also ihr habt einen an der Waffel. We've worked towards making Insorted Players so und feel compelled to rush straight to Map-Bosses in order to maximize the Rewards. Ja, deswegen haben wir's genervt, dass die Leute nicht mehr spielen, wie sie selbst wollen. Also die Leute können nicht mehr zum Boss rushen, weil es sich nicht mehr lohnt. Danke. We've also updated the Wrath of the Cosmos Keystone to be a bit less brutal and a bit less rewarding. The intent wasn't to go to gut these systems, just slightly reduce their overall potency. They should still be a valuable resource of rewards. Ihr Ziel war es nicht, das in Stücke zu reißen, das alte System. Wir wollen's nur nerfen, damit die Leute out of Map-Content machen, wie sie es oben beschrieben haben. Die wollen uns nicht mehr in Maps haben. Steht wortwörtlich hier oben. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Okay, und hier unten erwähnen's halt nochmal die anderen Manifestos, die ich schon durchgegangen bin. We will post the Curse Manifesto next, which we expect to be out at the end of this week, at the earliest. Also es kommt vielleicht am Ende der Woche, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich kommt's nächste Woche. We also indicated that we would post a fifth Manifesto that covered some missing... Also so, es kommt halt noch ein fünftes Manifesto, wo halt noch andere Balance Changes drin sind, die jetzt da nicht mit reinpassen. After writing the first four Manifestos and reviewing what else remains to be covered, wie viel that there isn't much to put in this Manifesto because most of the remaining changes are better suited for the Patch Notes. Therefore we've made the decision to drop that Manifesto. Sie wollen halt jetzt kein weiteres Manifesto danach machen, weil's in den Patch Notes besser aufgehoben ist. Ich hoffe natürlich, sie machen ein fünftes. Es wär auf jeden Fall gut für die Community. Und ich hab jetzt eine interessante Frage. Sind das hier oben... Der erste Post ist immer ein Nice. Egal, bei welchem Post man reinschaut. Sind das Grinding Game Mitarbeiter? Undercover? Die direkt nach erscheinenden Posts hier reinschreiben? 9.24 Uhr? Der Post ging um... Wo steht's dann? Um 9.23 Uhr live. Diese Person hat das hier noch gar nicht gelesen. Also kann ich das Nice hier überhaupt nicht ernst nehmen. Und die anderen Nice, die hier in den nächsten 10 Sekunden reinkommen. Das kann mir keiner erzählen. Da steht auch immer jemand bereit, der Nice unter den Post schreibt, damit er nicht stellt, Nerf, Nerf, Nerf. Also es ist klar, das Ganze hier ist ein Nerf. Ich find's nicht gut. Es klaut mir eine gute Farm-Methode und vielen wahrscheinlich auch. Und Grinding Gear hat schon angekündigt, sie wollen uns nicht auf den Maps haben. Was ich ein sehr weirdes Wedding finde. Keine Ahnung. Ich kann's euch ja nochmal zeigen. Eldritchat has currently too rewarding so much so that they create a disincentive guidance word for any Out-of-Map-Gameplay. Anders, it is comparably rewarding. Sie sagen hier indirekt, sie wollen, dass wir Out-of-Map-Gameplay machen. Dass wir nicht mehr auf Maps unterwegs sind. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Kalandra lief nicht gut. Die Leute wollten Kalandra nicht laufen. Deswegen nehmen wir ihnen jetzt von den Maps das Zeug runter, damit sie Out-of-Map-Content machen. Keine Ahnung. Liest sich für mich so raus. Vielleicht ist es auch noch schwarze Malerei. Ich gehe davon aus, dass die neue Leak-Mechanik Out-of-Map-Content wird. Mal schauen, wie das wird. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Grinding Gear so offen kommuniziert. Und dass sie sogar einmal das Wort Nerf hier reingeschrieben haben. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und informiere euch, was passiert. Und schauen wir weiter, was im nächsten Manifesto kommt. Macht's gut. Ciao.